Nummer 82, Valentino. Ein braunes Hengst-Turn, geboren am 29. Mai von Vitalis Sandrohit Fabriano. Aus der Zucht und dem Besitz von Matthias Schulze aus Hankensbüttel. Aus der dritten Generation, San Dior von Sandrohit, international esserfolgreich mit Olivia Nistroblam. Aus dem Mutterstamm, die Hannoveraner Prämienanwärterin Friederike O. von Fürstenball. Essdressur erfolgreich mit Lisa Maria Schneider. Sidney von Sir Donahal, esserfolgreich mit Julia Klickenberg. sowie Franklin von Fabriano, esserfolgreich mit Claudia Berger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017